Nachdem wir die Buchstaben auswendig gelernt haben und wie sie am Anfang in der Mitte und am Ende aussehen und dann auch noch die Harake gelernt haben, die Fetha und Kessah und Dommah. Ayub weißt du noch, was Fetha war? Die Al-Fetihah? Nee, nicht die Fetihah, sondern Fetha. Nein. Okay. Die Fetha ist der Strich oben, Kessah ist der Strich unten und Dommah ist die Kurve. Okay? Okay. Wie heißen die drei nochmal? Kessah. Kessah, das. Das ist einer. Strich oben? Nee, der Strich oben heißt anders. Der Strich unten heißt Kessah. Der Strich oben heißt? Sonder. Das war die Kurve. Ja. Jetzt ist noch eine geblieben. Sonder. Fetha. Fetha. Genau. Sag mir nochmal nach. Fetha. Fetihah. Fetihah. Sondern Fetha. 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 Kessah. 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 Dommah. Dommah. Genau. Wenn du dir die Reihenfolge merkst, also Fetha, Kessah, Dommah, dann weißt du oben, Strich oben, Strich unten, Kurve. Okay. Die Fetha, der Strich oben also, da sagen wir A oder A. Kessah. Okay. I. Und Dommah, U. Jetzt haben wir letztens mit dem Fetha geübt. Wir hatten immer drei Buchstaben zum Beispiel oder ein Wort und dieses eine Wort hatte immer Strich oben. Immer Fetha. Jetzt haben wir was anderes und zwar sehen wir hier einen roten Elif, der keinen Zeichen hat. Warum? Weil dieser rote Elif dient dazu, dass der davor verlängert wird. Also bei dem ersten Beispiel, wir werden natürlich von rechts nach links gehen, haben wir Dämmer. Wir sagen nicht Dämmer, sondern wir sagen Dämmer. Wir verlängern den Dämmer. Okay? Okay. Dann machen wir das in Zeilen. Jetzt Dämmer haben wir hinter uns. Nächster. Dämmer. Dämmer. Hallo? Okay. Ja, ich höre. Okay. Das war doch die letzte, oder? Ja, ich bin gerade richtig verlippt. Schau immer zu dem Punkt, den roten Punkt. Also wir hatten jetzt hier Dämmer. Und jetzt haben wir Fetha. Wir müssen das Wort lesen. Also der erste ist ein Elif mit Strich. Also äh. Ein Elif. Äh. Ja, genau. Äh. 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 Ära. 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 Äraada. Äraada. Okay. Hast du es verstanden, wie das jetzt geht, oder? Äh. Ja, ich habe es verstanden. Ära. Okay. Also wir sagen nicht Äraada, sondern Äraada. Okay. Okay. Jetzt Nächster. Okay. Äh. Äh. Ja. Äraada. 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 Äraada hat einen Punkt unten. Äraada. Äraada. Ich muss gerade überlegen. Ich helfe dir ein bisschen. Wie bitte? Äraada. Nee, wow, es sieht ein bisschen anders aus. Ich helfe dir ein bisschen. Kauf, Kef, Läm. Okay, das schaut sich so. Kauf, Kef, Läm, Meme. Genau, das ist ein Meme. Okay. Oh, jetzt erkenne ich's. Durch den Strich da, ein kleines, der noch an der Seite geht. Ich hab das für ein Wo gehalten. Genau. Okay, wie lesen wir das Wort? Hey, äh. Wo, äh. Äh, Te, Wollte. Meme, das ist ein Meme, also Mäte. Mäte. Genau, Mäte. Okay, nächstes Wort. Ähm, okay, noch. Ja. Kef. Okay. Okay. Kef. 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 Jetzt, ähm, ich erklär's nochmal. Diese ganzen roten Buchstaben, die ganzen roten sind alle Elifs. Das sind keine Lamps, okay? Okay. Also, du weißt dann automatisch, dass der Rote ein Elif ist. Und er hat gar kein Zeichen, deswegen, du wirst ihn gar nicht lesen. Du wirst ihn nach Fa verlängern. Also, Ka- Ma. Okay. Okay. Dann, dann, der nächste. Okay. Okay, wie.. äh.. Wie, wie... wie, wie... wustellam. Wustellam. Äh, das hier? Ah, ich kann's da noch draufziehen. Der rote, meinst du? Ach so, der nach dem roten ist ein Kev. Ah, Kev. Okay. Und der Meme, wir sagen nicht Mi, sondern Mer. Kannst du dich noch erinnern an diese Lektion, wo wir ä, i, u, b, 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 b gemacht haben? Ja, ja. Genau. Jetzt, wir haben alle nur ä, b, t, th und so weiter. Also alle Buchstaben mit einem ä. Okay. Also mää und dann nachher? Mää. Mää. Lä. Mää. Kää. Tää. Mää, da, tä. Mää, kää. Letzte Buchstabe? Tää. Tää hat zwei Punkte. Wie bei dem der Fohra, mää, tä. Ah, das ist ja äh. Nää. Genau. Mää, kää, nää. Wie die Hohol nochmal? Mää. Mää, kää, ta, ää, bä. Mää, kää, ta. Mää, kää, na. Mää, kää, na. Okay, super. Jetzt nächste Zeile. Warten. Ach, irgendwas. Ich hab gerade ein Problem mit dieser Steuerung. Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Ää. Ää. Zä? Zä hat einen Punkt. Ohne Punkt ist das ein. Ää. Dä? Nee, Dä sieht ein bisschen kleiner aus. Ää, Lä? Nein. Aber, aber, aber zu dem Dä ist er ganz nah. Ää. Wir sagten Jim, Ha, 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 Dal, Zä. Ra? Ra, genau. Das ist ein Ra. Okay. Ich finde das gleiche, was ich verletze, ich öfters. Hier, bei diesem Wort findest du ein Zä. Der Dal ist genauso gleich, nur dass er keinen Punkt hat. Der Unterschied vom Ra, dass der Ra mehr runter geht. Okay? Okay. 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 Jetzt, wir lesen wir das Wort. Ra, nächster Buchstabe. Ra. Ra. Me. Ra, me. Genau, super. Ra, me. Super. Nächstes Wort. Okay. Äh? Ja. Okay, ähm. Ra. 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 Was ist der zweite Buchstabe? Ra. Ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Okay, okay. Va-ha-ha-ha-ha-ha-ha. Genau, vai-da. Vai-da-ha-ha-ha-ha-ha. Sa-ha. Mm-hmm. Sa-ha-ha-ha-ha. Nicht LAS, sondern ZA Das heißt DAL DAL, ZAL, nächstes In der nächsten Buchstabe Genau, ZA 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 Genau, ZA 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 � ZA ZA ZUPPER BZ Körner Vör För 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 Na. Fa-sa-na. Genau. Ta-na. Ja. Ta-na. Nicht na, sondern der nun hat den Punkt oben. Das ist unten der Punkt. Genau, deswegen nicht ta-na, sondern ta. Baff. Genau, ta-da. Ta-da. El-f-a-ta. El-f-a-ta. Genau. Okay. Ver-ja. Waw-da. Nicht die Waze, man. Ver. Mim. Kof-kaf-lam. Mim. Mim. Genau, das ist Mimim. Ah, okay. Mim. Mä. Mä. Mä-ja. Ha. Ja. Dieses letzte ist ein Hemse, also Elif. Ah, okay. Mä-ja. Und hier ist was Besonderes. Hier ist auch was Besonderes, dass, wenn du ein Elif hast und danach ein Hemse, musst du auch vier, fünf Verlängerungen machen. Also. Ja. Natürlich im Koran. Okay? Also, damit du jetzt schon weißt. Okay. Nächstes Wort. Okay. Ka-ba-la. Genau. Versuch mal, Ka zu sagen. Ka-ba-la. Ka-ba-la. Nicht Ka, sondern mehr zum G. Ka-ba-la. Ka-ba-la. Ka. Ka-ba-la. Genau. Ka-ba-la. Ka-ba-la. Genau. Gha. Mh-hmm. Gha. Na. Gha-na. Nicht na, sondern. Gha. Na. Na, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, es ist nicht so. Gha. 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 Genau. Gha. Okay. Gha. 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 Ja. Nicht wow, sondern mi Genau Mi Le Der Buchstabe ist Mim, aber wir sagen nicht mi, sondern weil der Strich oben ist Mä, no Amala Amala Okay Mä 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 Sä Sä Mä Ja, besser, kärle, besser, kärle. Genau. Okay, äh. Hä. Nicht Hä, sondern der Hä wäre getrennt, aber da ist sowas wie eine kleine Kurve, so ein Kreis. Also zusammen. Sä. Sä, genau. Sä. 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 Laa. Haa. Sä. 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 Okay, äh. Sä. Sä. Kär. Kär. Sä. Kär. Okay, äh. Laa. Fä. 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 Ja, genau. Kärle. Kärle, ja. Mä. 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 Kär. Wä. Nicht du auch, sondern. Mä. 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 Kärle, ja. Mä. Kärle. Wä. Kärle. Kärle. Der letzte ist nicht H. Ja, weil sonst würde er ein bisschen so ähnlich sein wie der hier, aber nicht hier. Was kommt nach Qaf? Qaf. Genau, Mdaha. Mdaha. Genau, Mdaha. So, dann bleiben wir hier, Inshallah, stehen. Rabbana afina wa afana wa hafazna wa asra al-fatiha.